Oh, what? Da ist aber hier wohl ein Muttern, Mensch. Oh, da kommt noch irgendwas. Scheiße. Ich hätte gehofft, der ist allein. Oh, fuck. Kannst du mich nicht mal in die Ruhe lassen? Noch. Oh, mein Gott. Ah. Scheiße. Geh wieder. Geh wieder. Ja, genau deshalb. War da nicht gerade jemand noch anders? Irgendwelche, irgendwelche Leute? Fuck, ich habe jetzt, glaube ich, werdet ihr in der Pfeile eingeladen. Ich muss sagen. Ah, da habe ich nichts. Nein, jetzt macht das doch nicht weg. Bär. Das geht so schnell, wenn ich dir das mal so sagen darf. Okay, das fühlt sich irgendwie schön. Das ist ein bisschen. Ah, geht auf, weg. Eee. Uuuh. Verdammt. Dann range ist viel zu groß, Mister. Viel zu groß. Okay. So, die habe ich eingeladen, die habe ich eingeladen. Versuchen wir das nochmal. Wieso helft ihr mir eigentlich nicht? Hm? Na gut. Dann mache ich das halt alleine. Komm. Du sollst mich doch noch nicht erkennen. Scheiße. Hilfe. Ah. Ja, ja. Guck mal. Jetzt, jetzt kann er mir helfen. Es ist vielleicht ein bisschen assi, den einfach in die rein zu ziehen, aber hey. Das sehe ich anders. Ach, komm. Bärchen? Da bist du. Ich stehe im Wasser vielleicht auch ein bisschen kaputt. Aber nur vielleicht. Na schön. Nein! Ach, du Drecksack. Warte mal, ich komme hier nicht hoch, ne? Scheiße. Lass mich raus. Lass mich bitte raus. Okay. Waren eigentlich gerade die anderen Typen? Oder seid ihr schon tot? Ah, ne. Brauche ich zwar jetzt nicht mehr unbedingt, aber hey. Ah, das ist ein Stress, ey. Mit denen. Sind da nur noch, nur noch zwei. Gut, gut. Hast du keinen Lot für mich? Oder habe ich dich gerade gelootet? Ich habe dich gerade gelootet. Okay. Okay, wo ist der andere? Da oben. Warte mal. Sag mir nicht, dass sind zwei zusammen. Mir fehlen noch zwei. Ich hoffe jetzt einfach, dass der alleine ist und der andere kommt dann danach vielleicht. Okay. Kann ich irgendwie näher porten? Ja, ein bisschen. Okay. Ich meine, ich kann die ja immer so ein bisschen wegkiten, aber zwei wären halt echt ein bisschen viel, glaube ich. Mal gucken. Hätte mir vielleicht von Anfang an auffallen sollen, dass da nur vier sind, ne? So vier Punkte halt. So, äh, Mats? Brauche ich Mats? Nö. Okay. Puh. Na gut. Das ist Heilung? Nein. Wieso sieht das alles so gleich aus? Das ist falsch. Das ist auch noch sehr schön. Die geben so viel, ne? 60% ist echt viel. Krass. Äh, ich halte mich mal links. Was? Das ist jetzt aber nichts, wo ich dabei sein will, ne? Nö, verdienten. Interessere mich nicht. Äh, wo ist denn? Hä? Wieso habe ich denn jetzt die... Du bist nicht mehr auf dem Radar. Ist das dein scheiß Ernst? Oh nein. Oh, fuck, ey. Wer bist du? Aratak? Aratak? Na, wenn nicht, du hilfst mir dabei. Ah, ha. Der sieht mich nicht. Was machen wir denn? Ah. Hi, Aratak. Na? Ich kann helfen mit diesen. Wissen? Ah, shit, ey. Haben wir noch irgendwas anderes, worauf wir achten müssen? Vielleicht die. Was soll da nicht reinrennen? Die ignoriere ich mir da hinten. Ah, scheiße, ey. Okay. Oh, ne, was ist denn? Habe ich denn jetzt erst mal so gut getroffen? Oder wo sind generell die... ...1300 Schaden? Au! Man sieht halt so schlecht, ne? Ah! Oh, fuck. Äh. Nein, 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 nein. Offen. Ah, das ist der falsche... Ih! Ey, ähm. Das ist schlecht gerade. Kein schlechtes Timing von euch. Aber es ist kein Problem. Ich ziehe euch einfach den Bären hier rein. Ich hoffe, das stört euch nicht. Nein, ich glaube nicht, dass sie erst stört. Ähm. Ist das schon wieder das Falsche? Ich will mich aber auch rüber treffen, Runde, ne? Kein Falsgesicht. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Ich sollte echt den einen fokussieren. Ne, habe ich nicht gut getroffen. Wen interessieren schon Bäume? Nicht wahr? Keine Ahnung. Hey, jetzt steht der einen im Weg, oder? Töne? Töne ich das richtig? Ach, verdammt. Nee. Scheiße. Ah! Ey, vielen lieben Dank für deinen Zapf. Äh. Ah! Es ist wunderschön. Sehr schönen guten Morgen. Ey, 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 ey. Warte mal, du bist immer noch eingefroren? Na dann. Nice. Okay. Oh. Was ist Stress, ey? Oh, okay. Die Ponditen sind, glaube ich, auch nicht mehr da. Ich bin mir nicht sicher. Man sieht so wenig. Das ist echt ein bisschen anstrengend mit beiden zusammen, ne? Aratak, wo bist du eigentlich? Arata. Okay. Du, bleiben stehen. Wow, ich bin mal nicht getroffen. Was? Nein, ich habe nicht... Ja, fuck. Oh, nö. Er hat gerade... Oh, scheiße. Er hat gerade wieder weggemacht. Ich weiß nicht, wie ich den ordentlich botche. Ich habe das, glaube ich, jetzt einmal geschafft. Vor allem kommt da natürlich auch ein doppelt so zu, ne? So, traurig. Äh, so. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Also, es wirkt zumindest so. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch super viel kommt, ehrlich gesagt. Und? Und? Der vorletzte. Also, ich habe das Gefühl, storymäßig bin ich jetzt schon durch. Wobei, das ist ja immer noch mit Aratak. Ähm, die Storyline mit Aratak ist im Endeffekt... Das... Was, glaube ich, die Main-Story von BLC war. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Okay, dann geh erst mal weg. Und ich tippe mal, nachdem ich jetzt diese KI befreit habe, oder was das war, wird das das Ende sein? Tippe ich schon. Ja, genau. Da bin ich quasi durch. Und das ist jetzt die Quest, die danach kam. Dass es jetzt halt noch diese Bären gibt, die, äh, irgendwie terrorisieren oder Schach halten. Und da soll ich helfen. Du kennst ja Aloy, die ist halt so. Hey, vielen Dank für deinen Follow. Ich tippe halt, war das jetzt noch so vielleicht ein, zwei Questen maximal? Und dann, ähm, da ist es los. Tippe ich. Mal tippen. Ah, komm. Da hat noch eine Rüstung drauf. Natürlich. Nicht wegmachen, das Eis. Du Drecksack. Immer nach zwei Schüssen. Und nun am Stream. Da habe ich eine Umfrage drin. Aktuell liegt Neo 2 vorne. Gehst du jetzt einfach? Aber du bist doch fast eingefroren. Du kannst nicht einfach gehen. Weglaufen ist meine Strategie. Da kommen noch mehr als zwei Schüsse, oder? Auf dich zu bewegen. Gut. Ah, du böder Bär. Ähm, nein. Blick. Guck, wir sind in Ordnung. Nee, nicht. Ah. Nach hinten ist gut. Ich bin ja mal sonst zur Seite. Ich glaube, das ist einfach nur ein bisschen breiter. Weshalb halt zur Seite ein bisschen dumm ist. Oh, nice. Gar kein Problem. Das war ja richtig einfach. Ich meine, Aratak hat jetzt nicht viel gemacht, aber mein Gott. Ich glaube, der hat so ein bisschen Angriff gezogen beim ersten. Das ist ja schon mal etwas. Wer ist Naltuk? Irgendwem. In der Base. Okay. Mal gucken. Entweder oder. Das stimmt. Vielleicht kommt ja jetzt noch drei Stunden Content hier bei Dingens. Dann hast du noch ein Wochenende. Da lang. Ist halt immer blöd, ne? Wenn man was schauen will, aber sich auch nicht spoilern lassen will. Ich kenne das. Ist echt blöd. Ich kenne das. Ich bin ja schon. Bis zum nächsten Mal. Ähm. Ja. Das ist leider wahr. Ich kenne das. Da denke ich mir, ja, spielst du das und dann das und dann das und das wird halt eh nix. Ja, cool. Warte mal. Ich glaube, dann habe ich das schon. Gut, das ist jetzt etwas, was ich nicht machen will. Dieses Hunting Ground Gedöns. Das habe ich alles schon. Jo, jo, jo. Das sind die Hunting Grounds. Ich glaube, die Tutorials mache ich jetzt mal nicht. Dann war es das. Sehr schön. Das fehlt mir immer noch ein bisschen so. Die Credits. Die war ja beim Ende des ersten Spiele. Das ist immer so ein Problem, wenn man vorher nicht weiß, ob das DLC so danach am besten passt oder vor dem Endboss und alles. Ja. Aber nochmal, den Endboss habe ich jetzt auch keine Lust. Dann kann ich eigentlich mit Nio anfangen, würde ich sagen. Habe jetzt nichts. Also ich will jetzt auf jeden Fall nicht die Webclean mit allen ne, also 100% machen. Habe ich jetzt nicht so den Drang zu, muss ich sagen. Okay. Dann stoppe ich hier ganz kurz und starte und starte Nio. Yay! Ich bin noch kurz im Stream, damit ich das einfacher hochladen kann und dann bin ich in ein paar Minütchen wieder da. Bis gleich! Bye!